Was nutzen euch die schönsten Tore, wenn ihr hinten eins nach dem anderen kassiert? Mit dem neuen Playmobil-Torwart ist das Geschichte. Mit der neuen Drehfunktion könnt ihr vor und zurück, links und rechts den Ball jeweils rausfischen. Richtet euren Torwart schon nach dem Spieler aus, um den Winkel zu verkürzen.